HALO CLUSTER Achilleshelm zu ergattern, je nachdem worauf ihr gerade Bock habt oder wie auch die Lobby ist, gerade ob wir zwei Lobbys haben oder mehrere. Auf jeden Fall sind Venni und ich dabei, also könnt ihr GVA-Venni oder 111400 anschreiben, wenn ihr es kennen möchtet auf Xbox Live. Ihr könnt aber auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr mitmachen möchtet, dann schreiben wir euch an oder auch unserem HALO CLUSTER CLUB beitreten. Dort könnt ihr auch schreiben unter dem Beitrag HALO CLUSTER GAME NIGHT und dann seid ihr dabei. Ab 20 Uhr am Samstag, 8. März, das sind die EG-Daten und was wir feiern, das werden wir dann erfahren. So, nicht clickbait-mäßig, aber wir machen das so Cliffhanger-mäßig, genau. Und wir werden wieder ein Best-of-Video machen, wo wir dann die epischsten und lustigsten Momente hier auf dem Kanal festhalten. Es wird auf jeden Fall ein cooler Abend, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss! Stein, 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 Stein! Jesus!